Der S-Link soll das Herzstück der umfassenden Lösung für die Salzburger Verkehrswende werden. Nachdem das Projekt über nunmehr 40 Jahre diskutiert, versenkt und wieder ausgegraben wurde, ist es inzwischen konkret geworden. Bis das Millionenprojekt gebaut wird, braucht es trotzdem einen funktionierenden öffentlichen Verkehr. Der O-Bus ist kaputt gespart worden und steckt in einer tiefen Krise. Es braucht sofort eine umfassende Sanierung. Jetzt im So-Wochen-Kommentar. Große Versprechungen seitens der Politik zum leidigen Thema Verkehr sind vor der Landtagswahl nichts Neues. Doch bisher haben es vergangene Regierungen verpasst, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Eines ist heuer aber anders. Das Jahrhundertprojekt der teilunterirdischen Verlängerung der Lokalbahn vom Hauptbahnhof bis nach Hallein, der sogenannte S-Link, kommt endlich in Fahrt. Jahrhundertprojekt, weil es die einmalige Chance sei, die Verkehrswende in Salzburg zu schaffen. So die Vorstellung der ÖVP. Zuletzt kassierte die Salzburg AG jedoch die Quittung für die schläfrige Verkehrspolitik der letzten Jahre. Beim O-Bus soll sich laut Kontrollamt ein Investitionsstau von 240 Millionen Euro angesammelt haben. Die Folgen sind für alle spürbar. Lange Wartezeiten, überfüllte Busse und abends bleibt oft nur der Fußweg nach Hause, weil kein Bus mehr kommt. Also fahren die Salzburger weiter Auto und die Straßen im Zentralraum bleiben verstopft. Doch nun will man Nägel mit Köpfen machen und mit dem S-Link den ersten Schritt in Richtung Verkehrswende setzen. An vielen Stellen in der Stadt wird dafür Probe gebohrt und die Planungen für den ersten Kilometer bis zum Schloss Mirabell sind weit fortgeschritten. Doch was, wenn es bei einem teuren Schmuckstück ohne großen Nutzen für die Bevölkerung bleibt? Was, wenn die schwarz-blaue Landesregierung, die sich gerade formiert, das Projekt am Mirabellplatz stoppt, weil es zu teuer ist und zu lange dauert? Diese Sorge ruft auch die großen Kritiker auf den Plan. Eine Bürgerbefragung wird gefordert. Ob der S-Link nun kommt oder in letzter Minute doch noch gekippt wird, die neue Landesregierung ist dazu verdammt, eine umfassende Verkehrslösung zu finden, die Öffis wieder konkurrenzfähig zu machen und damit den Stauwahnsinn zu beenden. Dabei ist klar, dass die Sanierung der bestehenden Infrastruktur mitgedacht werden muss und ein gutes Gesamtkonzept für alle notwendig ist. Denn der S-Link allein wird die Verkehrswende für Salzburg nicht bringen. Untertitelung des ZDF, 2020